ja moin so wir werden jetzt versuchen den catnacht in new york zu fangen den einzigartigen mal schauen ob uns das gelingt also ist so 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 Und nun. Und nun. Nochmal der Kettennächte in Trophäengröße. Und nun. So. Wenn man ganz viel Glück haben, ist er das. Hat sich auf jeden Fall schon mal ganz böse angefühlt. Und auch Schmur. Und nun. Und nun. Oha. 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 Oha.